Ich heiße nicht nur Ravens, sondern euch auch wieder herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge auf meinem Kanal und ja, wenn mein Uploadplan richtig ist, dann ist heute der Tag, wo ich wieder ein Jahr älter werde. Das heißt, wir machen heute eine kleine Sonderfolge, ein kleines, kleines Präsentchen noch für mich. Und zwar öffnen wir heute die neuen Evolution Booster, die wir noch haben. Gucken wir. Wir haben ein 100 Booster Opening gemacht. Haben wir auf Twitch gemacht. Twitch link in der Videobeschreibung. Weil es strebe ich auch wieder. Und ja, gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, ob wir ein paar coole Retro-Hits ziehen. Da ist mir heute richtig nach. Oh, mir fahrt ihr richtig nach Celebrations. 4 Karten pro Booster. Jalga. Cosmog. Tourtalk. Ja, Mann. Guck mal, da fängt es direkt an mit einem leckeren Retro-Hit. Und noch ein Solgaleo hinterher. Sehr schön. So kann es bleiben. So kann es bleiben. Jetzt bitte jeder Booster ein Retro-Hit. Kyogre. Reshiram. Groudon. Aber wir haben schon mal hier das Duo. Jetzt kommt Zekrom. Ah, Lunala. Verdammt. Zekrom mit Ansage wäre jetzt zu lecker gewesen. Oh, oh. Kai-Uwe. Falscher Professor Eich. Noch ein Retro-Hit. Sehr schön. Der zweite heute. Und ne Sekien-Wii. Hübsches Artwork. Nichts wert, aber hübsches Artwork. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nochmal Ho-Oh. Xerneas. Nochmal Groudon. Und nochmal Sekien-Wii. Geht besser. Go, 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 go. Nochmal Ho-Oh-Oh. Hey, das wird langsam so ein Running-Gag. Sehr nervös. Ey, nee. Groudon. Nicht dein Ernst. Say Kien-Wii. Nein. Sama-Senta. Boah, das wäre jetzt aber auch zu traurig gewesen, wenn wir zweimal den gleichen ziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Broodon. Broodon. Grashy-Ram. Palkia. Und... Surfen des fettes Pikachu-V-Max. Sehr geil. Auch so ein sehr geiles Antwort mit dem kleinen Bild, dem Ärmchen. Irgendwas Schönes noch. Irgendwas Schönes muss hier doch noch versteckt sein. Dialga. Kosmo-Wum. Bisaflor. Da ist er, der zweite Starter. Aber wir haben immer noch keinen Drachen gezogen. Leck mir mal. Und nochmal die Forschung des Professors. Also wir haben jetzt Turtok und Bisaflor gezogen. Das ist nice. Und... Die letzten zwei Booster. Können wir noch Glurak ziehen? Können wir noch Glurak mit Ansage ziehen? Groudon. Ho-Oh. Palkia. Sekien-Wi. Letzter Booster. Jetzt wird es abenteuerlich. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und... Dialga. Xenias. Solgaleo. Und... Cosmog. Scheiße. Aber wir haben Bisaflor und Turtok gezogen. Das ist schon wieder gut. Das ist schon wieder gut. Mal gucken, ob ich noch an ein paar Celebration-Codes komme. Erstmal rippen wir nochmal einmal glänzende Schicksal auf die Chance, einen Shiny zu ziehen. Nein, kein Shiny. Aber... Wow. Das ist doch ein schönes Adem. Und das ist ein schönes Endbild, das ich euch noch hier präsentiere. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich, ja, ich habe mich über die Pulse gefreut. Und wir sind uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Reingerockt.